Die Edda Odins Runenbericht Die Edda Odins Runenbericht Dein bei den Alben, Dvalin bei den Zwergen, Alswit bei den Riesen, ich selber ritzte auch welche. Weißt du, wie man ritzen soll? Weißt du, wie man raten soll? Weißt du, wie man malen soll? Weißt du, wie man prüfen soll? Weißt du, wie man beten soll? Weißt du, wie man opfern soll? Wie man darbringen soll und wie man schlachten soll? Besser gar nicht gebetet, als zu viel geopfert. Gaben wollen erwidert sein. Besser gar nichts dargebracht, als zu viel geschlachtet. So ritzte es Odin ein, bevor es die Völker gab. Dorthin brach er auf, von wo er gekommen war.